Kapitel 1, Übung A30 Hören und lesen Sie den Dialog. Markieren Sie die Verben. Sind Sie Herr Meier? Nein, mein Name ist Konrad Müller. Woher kommen Sie? Ich komme aus Berlin. Studieren Sie in Berlin? Ja, ich studiere in Berlin Medizin. Wie alt sind Sie? Ich bin 25 Jahre alt. Sprechen Sie Englisch? Ja, ich spreche ein bisschen Englisch. Ich bin 25 Jahre alt. Ich bin 25 Jahre alt. Ich bin 25 Jahre alt. Vielen Dank.